Die WLAN-Überwachungskamera bietet eine HD-Auflösung von 1280x720 Pixeln. Die Kamera bietet Innenraumüberwachung mit dauerhafter, zeitgesteuerter oder bewegungsgesteuerter Aufzeichnung. Falls die bis zu 64 GB große MicroSD-Karte voll sein sollte, können dank der Endlosaufzeichnung automatisch die ältesten Dateien überschrieben werden. Auf die Kamera können Sie per PC, Tablet oder Smartphone zugreifen. Bei aktivierter Bewegungserkennung kann auf Ihr Smartphone ein Alarm gesendet werden. Der 140 Grad Weitwinkel sorgt für eine umfassende Sicht auf den zu überwachenden Bereich. Das Kameraobjektiv kann dabei stufenlos zur Ausrichtung geneigt werden. Dank der integrierten, nicht glimmenden Nachtsicht-LEDs kann das Bild im Dunkeln aufgehellt werden. Zur Installation der WLAN-Überwachungskamera installieren Sie eine bis zu 64 GB große MicroSD-Karte. Schließen Sie das Gerät am Strom mit dem mitgelieferten Netzteil an. Suchen Sie mit dem Handy nach neuen WLAN-Netzwerken und wählen Sie EZC. Als Kennwort geben Sie 9 mal die 8 ein. Laden Sie die EZC-App aus dem Google Play oder Apple App Store und starten Sie diese. Drücken Sie auf Add und danach Scannen. Scannen Sie am Fuß der Kamera den QR-Code und schon bekommen Sie ein Live-Bild der Kamera angezeigt. Die Einrichtung ist damit abgeschlossen. Besuchen Sie unseren Online-Shop unter alarm.de oder folgen Sie dem Link in der Videobeschreibung.